Oh, ich hoffe, wir sind da als letzte City, Alter. Och, Mann. Ach so, doch, Lul. Hey, Jogit. War verwirrend, grad. Ich dachte, die haben Tee genommen. Aber dann kam der Sprecher. You're starting on the T-Side. Celal hat mich eingeladen. Jungs, ich lief, ich schwimme Celal eine Runde. Das klingt nach einem Klamm. Another one City. Ach so, Alex. City in Rheinland. Maybe through Mitsubi, through City. Maybe through D. Okay. Oh, hast du ihn gesehen, David? Er ist gerade ein bisschen in den Stärz gewesen. Der Verstrecker, Jungs. So, das war jetzt Julian, hier ist Céline. Ja, der andere Banana. Tschö. Er hat uns geacet. Ja, ich hätte aber auch kein Money, ne? Egal, was ist denn das? Bleib hinten, bleib hinten. Du hast ihn gesehen, David? Da hat er in der Smoke. Ich hab ihn nicht gesehen, keine Ahnung. In der Smoke. Und jetzt hab ich den Meek, den Peek, nicht weil ich ihn geblockt werde. Du Scheiß, das geht mal. Hab a good time. Was war das, Benarik? War das war ein Schuss, oder was? Was ist denn jetzt? Das war was los. Das ist gut. I kill mit. Was? I kill mit? Smoking! M-I-M-I-M-I-M! Push-Bee, don't stop. Hä? Push-Bee, don't stop. Er hat ne Scout. Ahje! Wenn wir auch fernen kann Vielleicht überhaupt nicht für mich, oder? Ja, aber guck mal, Damage Ah, meh Last one, Labrie Nein Pasch, Alex, Pasch Was war ich denn? Hä? 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 Wir waren zweite, oder? Ich hör die Mücke die ganze Zeit Schön, der andere, wichtig Kommt, Jungs Holt ihn noch, holt ihn noch Hashtag Das Short, das Short, das Short Schööön, Jungs Dicker, wie auch immer ich den Bekommen aber ... HA?! Die sind hier durchgerascht Noch einer, David Fooking le Ah Wir sind besser! I'm on a sugar crash, I ain't gonna f**king get What the guy is Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Tudasso! 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 Obbaus spielen! Let's dance! Kata! Hata! HRAAAA! Oh, dein Met sucht mich auch nicht! Tudasso! Es ist ja unfassbar, was ist das? Was ist das? Was ist das? Nkh... Tight, man, nice! I love it, I love it. Kaspar schreibt Camping Egg! Heheheh… Klassiker! وا Woohoohoohooo Schööööön站, Wichtig Hier das ist egyart Amp! Nice! Schöööön Jungs! Es ist diffuse! Das Tuck einfach schnell schnell schnell! Hä? Kaspar, mach's nicht. Mach's einfach nicht. WTF, Mann, ich fähig. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? T-Mann Molotov... ...wern... ...Molotov... Geauch! Fussiii! Piss dich nach Rui. Jungs. Jetzt geht's los mit den guten Runden. Kommt, zieh durch! Kaspar, sei froh, dass der Typ ich erschossen hat. Sogar ein Hedi, alter Hedi. Alex mit seinen Englisch-Skills. If you die, you die, you know? Alex mit seinen Englisch-Skills. Jeden, guck mal, was ich hier hab in der Hand. Erkennst du's wieder? Deine Mamm, Leute. Bam! Oh, Dicke, er war so schlecht. Aber ich war auch schlecht. Aber er war schlechter. Er war schlechter. Passed, alter. Junge, der denkt... ... was es zu tun hat. Oh fuck. Er ist ein Missgebot. Passed, alter. Das ist unerwartet. Wusste ich gar nicht. Nein, es war leer! Wie wuchst du denn so, blöde? Wirklich? Ja. Ich hab Angst. Der kommt so aus, als ob er einen Spaziergang macht. Ist es hier safe oder ist es hier nicht safe? Digga, der ist so chillig rausgekommen. Cosima AK. Ich hab AK. Wie, jemand? Achso, scheiße, ich hab schon David gegeben, Digga. Trash, du Hund. Hä? Hä? Digga. Step Steps. Mit Glück, Alex. Show me a move! Mit Glück, Alex. Ich wusste es, ich hab so geahnt. Digga. Alle angeschossen, was für Wurrensöhne. Sie sterben einfach nicht. Ich bin Palace. Macht den Scheiß. Sterbt jetzt nicht. Macht den ruhigen. Macht den ruhigen! Äh, Digga. Ich spür irgendwann nicht mehr mit euch. Oh, durch den smoke einfach. Oh. Oh, Ben. Hä? Hä? Mann, der ist oben! Alter! Auf der Lachen war er drauf. Digga, du schießt da 50 mal rein. Das ist einfach niemand. Ja, wenigstens nicht letzter. Hehehe. Als ob er dich... Ergisse Kacke! Ja, genauso. Und das ist das Allerschlimmste für einen PC-Gamer. So wenig Spaß. Mauer. Zwei bei den... Zwei Mauer... Bei den Mauer. Da, ja. Tester. What are you waving at? Oh, I'm stressed. Ja gut, ne. Aber hat man's doch einfach nicht verdient, wenn man ihn nicht einmal hittet. Ich hatte dieses Spiel, Alter. Naja, setzt sich hin, du Hohenson. Oh fuck. Ach, digger Julian. Aber es war nicht so viel. Der letzte ist Dreck. Nehm ich das abfuckt. Ich kaufe einfach automatisch. Der Reflex ist da in der Hand. Hilfe, 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 Hilfe! A. A. Okay, einer ist weg. Ja, Jungs, ich werde nicht durch die Smoke-Mann. Und wenn ich bei den Russ gerade immer vorne, was soll die Scheiße? Wir haben auch, Digga, so'n Scheiß-Lila, der Bandam ist schon wieder so schlecht, Alter. Komm zurück, Digga. Ach, Jungs, Och Digga, ich bin Spast. Ich flash nochmal von hinten, ich flash jetzt. Wir sind sauerhaft ausgesmoggt. Wake me up, before you go, go. Oh, oh, danke, ey, oh. Noch Underwood. Ich hab nichts gesehen, sorry, ich wusste nicht vorher. Ja, dann lass jetzt gambeln. Lass jetzt gambeln? Hä, hör dir mal zu. Was für gambeln? Mann! Mann! Jungs, was sagst du? Was sagst du dazu, ne? Du bist ein Verräter, Digga. Noch einer. Willst du jetzt ne Waffe haben? Ja, egal, ich wollte, aber ne ordentliche Waffe. Was war das? Ich mach'n leisen hier und komm dann wieder von hinten. Ey, er ist der allerbeste, Digga. Ich mach'n leisen. Willst du ihn denn kommen lassen mit der AWP, oder was? Dann wird die Rückungsjagd gestartet. Leute, da komm, da holen wir. Ja, komm, komm. Ah, schön. Links, links, rechts. Ist egal, Alex hat 14k. Chillig. Ich hab's noch nicht. Der Mond schien heller, halt sein Auto blitzeschneller und langsam in die Ecke fuhr. Ja, Julian hat's verkackt. Warum? Digga, immer wenn wir so was schreiben, verlieren wir dann danach. Einer nur auf B, David. Let's go! Oh, oh, oh. Das tut noch leert. Wisst ihr warum? Weil ich Comeback geschrieben habe. Was? Wie hat er dich nicht getroffen? Leise Wicke Wo soll er denn da noch stehen? 18k, wusste gar nicht, dass ich das machen kann A reach Es ist geplantet, zieht euch zurück Zum Glück haben wir Geld Ja, 9k, Digga Hast du kein Geld, Caspar? 9k Zum Glück haben wir Geld Danke dir auf jeden Fall nochmal Fürs Comeback schreiben Julian, du hast eine fucking Bombe Einer, einer Bicker Julian Mann, jetzt ganz ruhig Wo genau ist der, wo genau ist der Links Oh 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 Oh